Hey zusammen! Heute seht ihr das Gemetzel. Ne? Das brutalste Gemetzel vom... Ne? Genau. So ist das. Das seht ihr jetzt. Deswegen einfach mal gucken, wie weit ich hier durchkomme. Dafür hole ich mir auch einfach mal ein 2-Imps dazu. Giftgasfanne. Ja, sehr gut. Wenn ich die brauche, brauche ich sie. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich werde mich jetzt auch noch mal hier durchfräsen, um den Gegner zu überraschen. Surprise, surprise. Motherfucker. Und so. Zack. Ich glaube, hier kann ich echt einfach dummer rumbuddeln. Oder? Die laufen einfach durch. Ja. Ganz gut. Ganz easy. Da ist eine Tür. Mittlerweile. Okay. Ich weiß auch, was ich mache. Ich fahre mal direkt einen Bachposten dahin. Nja. Oder meint ihr nicht? Den Bachposten? Einfach reinhauen damit. Oh. Nebenbei brauchen wir noch ein bisschen mehr Gold. Bevor das ausgeht. Bevor das ausgeht. Das wäre ziemlich kacke. Kacke. Katjes. Wer das? So. Zack. Da rennen sie jetzt alle hin. Sehr schön. Da mache ich jetzt einfach so, dass ich jetzt da dann eine Brücke hinbaue. Direkt. Einfach übers komplette Wasser. Und warum? Ja, weil die Brücke einfach nur 30 Gold kostet. Sag ich mal. Und dass ja nichts ist. 30 Gold ist nichts. Das hat man halt so in der Tasche. Als richtiger Keeper. Ne? Wie Manuel Neuer. Als Keeper hat man alles in der Tasche. So. Aber... Was da? Nein! Aber das... Gut, dass ich das gerade noch gesehen habe. Eure untergebenen Tragenin. Sonst wäre hier jetzt, äh... Holland in Not. So, die Brücke will ich jetzt haben. So. Jetzt haue ich da einfach alles mit. So sieht's aus. Zack. Die spinnen auch hier auch nochmal rein. Stimmt, wo ist dieser Rufpunkt hier? Sammelpunkt. So. 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 Fuck. So. Und wenn wir da jetzt noch mal alles rein, was ich habe. Und wenn wir da jetzt nochmal rein, was ich habe. So. Verdammend. Ich habe gerade keine Ahnung, ob es gut geht. Ich seh grad nix. Ich heil da nochmal voll rein. Voller... Voller Heilung überall. So. Ich hab doch nen Sammelpunkt gemacht. Ihr Kreaturen unternehmen im Kampf. Oh, da kann man anfangen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure untergebenen tragen den Sieghafen. Eure Kreaturen unternehmen und griffen. Eure untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure untergebenen tragen den Sieg davon. 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 Will ich hoffen. So, jetzt aber hier einfach mal alles erobern. Leute. Kann das doch nicht angehen hier. Da. Troll. Gut. Ja, ich trug auf meinen Gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ich würde jetzt nichts sagen, aber ich hoffe, man muss hier heilen. So. Reicht das? Boah, einfach mal den Imp gewonnen, das. Da ist noch irgendwas Level 3-mäßiges. So. Sehr schön. Eingang ist unser. Jetzt lieber Impi. Was macht ihr denn da? Einfach Bruder stehen da. Ja, ist nicht schlimm. Können wir machen. Ach, die sind das? Mit den Blitzen. Ach so, wegen der... Stimmt, ich hab' da was gefunden. Ja. Wegen Fähigkeiten und so. Ja, gut. Das Herz glaube ich, da haben wir jetzt auch verrobert. Und das hat wohl wieder hin, was ich für Gold brauchte. Jetzt kommt. Boom. Sehr schön. Aggressor, trag dich. Hier ist der Sammelpunkt. So, bevor da noch was geschieht. Was Schlimmes. Gucken, hat er irgendwas Tolles gehabt hier? Nö, kein Geld mehr. Ja, vielleicht der Geier also. Den Raum nehme ich mir aber noch mit, wenn ich ehrlich bin. So, ziemlich alle Räume hau ich mir jetzt noch weg. Sehr schön. Boah, das braucht lange, das Schlafplatz hier. Boah, sehr schön. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Meistens hört man hier noch was. Aber nö. Bin mal gespannt, was mit dieser Goldarte hier ist. Ach, jetzt hab ich's weggemacht. Ist da was Bestimmtes, oder ist da nur so Troll-mäßig? Ein Gold. Kann ja auch sein, ne? Bei Dungeon Keeper weiß man nie. Bullfrog. Ach so. Okay, alles gut. Nee, ist nix. Das Level ist durch, das Auge. Würde ich mal sagen, bis später, meine Leute. Ich hoffe, ich schattel dir ein. Wenn das heißt, ne? Auf geht's in den Krieg. Und gucken, was man nicht alles wegkauen kann. Bis dahin. Tschööö.